Der Legende nach warten unermessliche Schätze in Tutaluns Grab. Um diese zu finden, benötigt man angeblich drei Amulette. Hey! Da ist was drin. Danach hat er gesucht. Elena soll sofort das Amulett nach Kairo bringen. Und was ist mit uns? Wir fliegen auch mit. Tutalun der Erste. Ich kann es kaum glauben. Was ist los? Wo ist Papa? Euer Vater ist verschwunden. Irgendjemand ist hinter den Amuletten her. Diesen jemand müssen wir finden. Mich seht ihr, die wir unternehmen. Hey, my friends. Ich glaube, ich kann euch helfen. Und wie? Was ist das? Das sind Selte und das sind Autos. Der Eingang zu Tutaluns Grab. Ich bin auf der Suche nach vier Kindern und einem Hund. Da seid ihr ja endlich. Kriegt ihr das hin? Ja, klar. Die beiden sind die Besten. Coole Show, Baby. Was haben die vor? Dann lass es uns durchziehen. Ich bin unschuldig. Die holen dich raus. Fünf Freunde vier. War eine verdammt coole Action mit dir, Baby. Die berühmtesten Freunde der Welt in ihrem größten Abenteuer. Demnächst nur im Kino. Ich bin O. O? Ich wurde diesen Namen gegeben von meinen vielen, vielen Freunden. Morgens! Hi, Leute! Hallo! Von DreamWorks Animation. Was hast du mit meinem Auto gemacht? Es kann jetzt schweben viel besser. Lancen. Frau這個是 im Kino. carriage? yeahhhhh Das sieht aus. Bis jetzt bin ich dran im Kino. Das sieht aus. Uwww. Untertitelung des ZDF für funk, 2017